Hallo Herr Biering. Hallo. Idee oder Beschwerde? Idee. Faultier oder Lama? Schwierig. Lama. Wofür sind Sie im Studentenwerk zuständig? Ich bin stellvertretender Betriebsleiter für den Standort hier. Das heißt, ich betreue die Mensa hier, ich betreue die Domäne mit, das Bisto, genau. Wer entscheidet über den Essensplan? Das mache ich gemeinsam mit meinen Köchen. Also jeder, der eine Idee hat, kann uns da einbringen. Wir schauen, ob es funktioniert. Was ist für Sie die größte Herausforderung in Ihrem Job? Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass man das nicht, jeder Tag ist nicht gleich. Also man weiß nie, was kommt, es fallen Leute aus, der Speiseplan ändert sich, Ware kommt nicht. Und was macht Ihnen besonders viel Spaß bei der Arbeit? Ich glaube, genau das ist es, dass man sich immer auf neue Sachen einstellen muss. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Klassisch, dass ich das eigentlich gerne nudeln in jeglicher Form habe. Was kann Ihr Team besonders gut? Ich glaube, die Stärke des Teams ist einfach, dass es sich auf diese Situation, wie ich sie geschildert habe, einem Verein stellen kann. Relativ schnell. Und das funktioniert dann auch. Worin könnten wir als Uni besser werden? Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, würde ich sagen, dass die Pausenzeiten vielleicht noch ein bisschen verschoben werden oder entzerrt werden, dass mehr Studierende die Möglichkeit haben, in der Mensa zu essen und auch länger zu bleiben. Und was wünschen Sie sich von unseren Studierenden? Gerne, dass noch mehr in die Mensa kommen. Alles klar, danke Herr Bühring. Gerne.